heavy gunner okay das hat hier keinen zweck das hat hier keinen zweck lauf außen rum, außen rum kamo ok ja kamo jetzt sind vier, fünf Leute von uns die versuchen gerade an die Kiste vorzukommen ich brauche vielleicht noch einen der mit mir in die Mitte wieder hochkommt das sind nur zwei Leute dann drüben nähert sich ein Heli-Gunner am mindestens noch ein anderer das ist heute ja dann sollte von euch einer abstechen ja wir liegen geil ja 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 naja ja 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 Der andere ist da drüben am Eck. Ich würde jetzt gucken, dass die sich da mal bewegen da hinten und dann endlich mal vorkommt. Wir sind ja weiter hinten wie vorher. Die Boote, wo wir ein paar Hände treffen. Die Hände haben nach den Händen geblieben das zu einem Knopf ist und der einschläge die das zu verhenden haben. Wir bringen den Händen der Händen an den Boden am Boden. Aber das hat die Händen nicht geflogen. Wissen Sie sich bei den Händen an das die Händen nicht nur an den Händen an der Händen. Im Halen 08476244211. Die sind schon links vorne am Eck, hier auf der Seite. Ja toll. Guck um die Ecke.